Mein Name ist Torben und ich mache hier in Hamburg mit bei Zeit für Zukunft. Das ist ein Mentorenprogramm und da geht es eigentlich darum, Zeit mit Jugendlichen zu verbringen. Also bei uns ist es halt so, Fischers wird das Alleinerziehen und so hat er noch mal einen Ansprechpartner, also einfach der mal von draußen auf das Ganze mal gucken kann. Und der Punkt war, ich wollte mich damals sozial engagieren, aber heute sind Fisch und ich, wir sind Freunde geworden halt. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern mit ein Megalos viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 7 7, 1.000 Euro fallen auf die 9 9 8 8, 10.000 Euro auf die 2 9 5 8 3, 100.000 Euro auf die 1 2 4 0 8 7 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 9 3 5 0 1 5 2. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen.